Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier beim HD Remake von Final Fantasy X. Wir sind im Tempel der Insel Besaid und was genau wir hier tun, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Okay, da gehen wir nicht rein, ganz offensichtlich. Ach, die hatten wir doch draußen schon mal getroffen. Was genau hier wollen, wissen wir ehrlich gesagt noch nicht. Ähm, wir schauen uns einfach mal weiter um in diesem Tempel. Es wurde eben schon etwas über ein Medium erzählt. Leute, die Medium werden, können Bestia beschwören. Ähm, okay, super. Und mehr wissen wir jetzt noch nicht. Der Kollege hier, ja, alle sagen sie immer, ich soll beten. Aber ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt anstellen soll. Aha. Hier, die sind auch langsam alle weg. Da ist noch einer. Ja. Jetzt? Nein. Gut, dann können wir hier anscheinend noch nicht so viel tun. Und dann verziehen wir uns noch erstmal wieder. Und schauen uns nochmal ein bisschen im Dorf um. Vielleicht haben wir hier was übersehen. Jupp. Ja. Ah, okay. Das haben wir ja alles schon eigentlich erzählt bekommen. Gehen wir noch zu Waka. Okay. Das klingt eigentlich noch einer sehr guten Idee. Macht sogar Essen für uns, der gute Waka. Oh, das wird in der Dacke. Ja, jetzt schlafen wir erst noch mal. Du könntest wenigstens sehen, wie sie es machen können. Wir können nicht mehr Angst haben. Es ist eine Regel. Aber es ist schon knapp. Aha. Ah, wir träumen wieder. Aber es ist schon knapp. Es ist schon knapp ein Tag. Vielleicht könnt ihr uns nachdenken. People are searching for him now. Sind wir verloren gegangen? Thank you. Okay. But he might die. Fine, let it. Do you... Do you hate him so? Von unserem Vater war zumindest gerade noch nicht die Rede. Aber die Untertitel... You'll never be able to tell him how much you hate him. Wenn das mal nicht Logik Deluxe ist. Das war jetzt nicht so ein wirklich hilfreicher Traum, ehrlich gesagt. Außer, dass wir jetzt wissen, dass wir zu unserem Vater nicht so die allerbeste Beziehung hatten. So, wo sind sie denn jetzt alle hier? Wir schauen nochmal in den Tempel. Der meinte gerade, der sollte nach irgendjemandem schauen. Und... Ich... 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 Ich weiß nicht, wo sonst. Okay, jetzt sind wieder einige Leute. Aha, guck mal. Da sind die da. Ich verstehe nichts. Der Summoner hat ihn zurückgekehrt von der Trial. Hä? Well, Apprentice Summoner, wirklich. Hä? Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Das scheint mir relativ egal zu sein. Oh nein! Blasphemie! Jehova! Jehova! Na ja, ehrlich. Das war nicht so eine gute Idee, after all. Das sieht mit dieser ganzen Religionssache da eh nicht so aus. Ach du meine Güte. Also jeder, jener, der nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Wenn der rechte Weg gefunden wird, wird jeder in die Kammer der Astra geführt. Untersuchend wird a jene Stellen, die den Weg offenbaren. Jo, das... Und jetzt? Ähm... Hey! Okay. Nein? Doch. Wir haben die Wand angefasst. Und jetzt sieht die Wand hier auch anders aus. Ja, wie ehrlich, also... Warum auch nicht, ne? Haben wir mal die Wand berührt? Geht die Wand mal auf. Kann man hier noch was machen? Nein? Dann gehen wir da runter. Okay. Mhm. 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 Also wir brauchen drei Arten Spheroiden. Fraktura, Insignia und Spheroid von Besaid. Oh, wir haben tatsächlich... Da war einer drin, das hab ich gar nicht gesehen. Spheroid Insignia genommen. Man kann immer nur einen bei sich tragen, warum auch immer. So wahnsinnig große Dinger jetzt zwar nicht, aber... Ja, rein damit. Okay, haben wir aber nicht mehr. Ja, klar. Also momentan ist es wirklich Trial and Error. Ich mach einfach irgendwas. Ähm... Wir können ihn da reintun. Boah, Alter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Okay. Gut. Verstehe ich. Ähm... Was heißt, der Altar muss vermutlich irgendwo da hinten hin. Schauen wir doch gerade mal noch, was hier ist. Mehr Wand. Nix. Also da sind sie wohl an der Wand, aber wir können nichts damit anfangen. Dann schieben wir doch mal den Altar. Gut, das war jetzt nicht so wahnsinnig. Boah. Joah. Boah. Boah ey, ich krieg nur Herzinfarkte in diesem komischen Ding hier. Boah, ah. Sumoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardians in there now. One of them's got a sure fuse. And who knows what the others thinking. Well, now that we come this far. Might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's, uh, it's just... See, I told you she gets mad easy. Hmm. Is the summoner all right? Who are you? Ich bin die Hauptperson. Und ich habe sehr gutes Timing. Ah. I was going the best I will. Oh! Oh. Zupi! Das hat mich echt vom Bommel gehauen. Das ist die beste Zeile im ganzen Spiel. Ja, genau. Also, don't... Don't get mad, bro. Ich wollte dir ja nur helfen. Ich hatte nur die besten Intentionen. Jetzt ist halt auch hier schon wieder eine andere Kamera. Hä, was? Hallo? Äh, okay. Wir hatten eine Wand gebaut. Ja, wie denn? Du hältst mich falsch rum. Ja, okay. Okay. Oh wow. Hi. Oh du wirst cool. Alles klar. Ich würde dich jetzt nicht direkt als süß betiteln, aber wenn sie dich streichelt, denke ich mal, ist das in Ordnung. Das glaube ich dir. Die Gebete wurden erhöht, eine Bestie erhalten. Waldfahrer ist, wie gesagt, wir werden noch hier die Namen beibehalten. Oh yeah. So ist das, wenn man Frauen zum ersten Mal anspricht. Ja klar. His memory is a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi. Ich bin der Titels. Ich bin der Titel. Ich bin der Titel jetzt schon woanders, als man spielt. Victory. 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 Yeah. So, bevor wir jetzt aber in dieser besonderen Nacht mit dieser Kollegin da drüben reden, ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet auch diesmal Spaß. Wir haben uns ein bisschen im Tempel umgeschaut, da irgendwie Striftzeichen berührt. Das war toll. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal hier bei Final Fantasy X HD Remake. Bis dahin. Ciao.